Ja, was ist da los, sagt der DJ Nick und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Medieval Diner Steer. Gut, wir gehen mal wieder in die Ego-Ansicht, das gefällt mir aber immer ein bisschen besser und irgendwie bin ich gerade, Entschuldigung. So, jetzt mit der Maus war jetzt ein bisschen unglücklich, Entschuldigung. So, jetzt sind wir da. Also, wir sind auf Reisen. Ja, genau. Aber zuerst müssen wir mal wieder unsere Steuern bezahlen. Ich gieße mir den Namen. Was hat der für einen Kastellan, oder? Wo ist denn der? Das ist der da unten. Steuern bezahlen, dann haben wir unsere Ruhe. So, hallo mein Freund, oder? Der Unigost. Genau, grüß dich. Bist du gekommen, deine Steuern zu zahlen? Ja, bitteschön, das sollte reichen. Wunderbar. Gespräch beendet. Was ist denn jetzt schon wieder los? Welche Felzen sind schon wieder im Dorf? Wer meckert denn schon rum? So, was haben wir denn da? Bindung, Brunnen. Ja, kein Material, weil die keine Eimer. Okay, wissen wir. Und in der Landwirtschaft, in der Scheune, kein Material. Aber weil kein Ton da ist, weil die halt beim Sammeln so langsam brauchen. Ja, mei, das hilft halt nichts. Es tun alle, was sie können. So, was wollte ich eigentlich? Ich wollte, genau, erst einmal ganz kurz schauen, haben wir irgendwas, was wir verkaufen können? Ich glaube nicht, wir haben nichts mitgenommen, oder? Fürst die Nahe hat. Und? Ja, ja, ich bin nicht ganz deiner Meinung. Ähm, Milzsteinmesser haben wir noch. Also wir haben leider nichts dabei, was wir verkaufen können. Fleisch, das können wir bräuchten. Nein, wir haben leider diesmal nichts dabei, außer den Eimer vielleicht. Aber mit Wasser. Na ja, da haben wir jetzt Wasser, dass er uns... Okay, alles klar. Ne, passt schon, die Adelina. Ja, ja, alles klar. Wir verdrücken uns. So, das war's. Wir wollten eigentlich da jetzt diesen blöden Quest. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte. Wir könnten ja mal schauen, ob man da auf die andere Seite rumzieht. Ach so, haben wir noch nie rumgelaufen, um den Gedanken zu Ende zu führen. Aber es ist ja auch noch dieses blöde... Ach, na ja, dann versuchen wir es halt nochmal. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 1800. Weil er nervt mir schon ein bisschen hier mit seinem blöden Ding. Also... Also... 17 Punkte. Also genauigkeit passt. Ich hab' ich nicht damit in der Scheibe getrunken. Jetzt mit der blöden Mause, die ruckelt so, die geht nicht so genau. Ich bin da... Obwohl ich eigentlich auch schlecht... Gut, ich teile. Feinen. Recht nicht so. Recht nicht so. Wie ist denn eigentlich die Aufgabe genommen? Wie viel müssen wir schaffen? 64 Punkte. Ah, haben wir es geschafft, oder wie? Ich will dir nur nicht zu viel drauf ein. Du hast ja auch viel mehr Erfahrung als ich. Sicher, sicher. Und jetzt meine Belohnung. Alter, normal 1000 Münzen. Das haben wir nämlich locker ausgegeben. Du wirst schon sehen, ich werde noch mehr üben. Und am Ende werde ich dir das Grinsen aus dem Gesicht wischen. Bist mir recht, Alwin. Du bist der Bauer. Und dafür haben wir jetzt nur 90 Reputationen gekriegt. Oder wie? Und kein Geld? Jetzt komm. Doch, ein bisschen Kohle haben wir gekriegt. Hab' ich jetzt nicht gesehen. Wir haben zumindest mehr als vorher. Okay, gut. Alles klar. Na gut. Dann steckt man den blöden Bogen weg. Und wir begeben uns auf Wanderschaft. Wir können ja mal... Findet ihr das besser? Da ist ja die Kamera ein bisschen ruhiger, gell? Na, jetzt hab' ich mich so dran gewohnt, das in der Ego-Perspektive zu machen. Ich finde, da ist mir einfach rollenspieltechnisch ein bisschen mehr drin. Auch wenn ich tatsächlich der Meinung bin, dass meine Maus ein bisschen ruckelt, da muss ich mal nachschauen, ob man es verbessern kann. Läuft nicht so viel. So, dann... AKP-Sehrer, Anlegestelle, Rotauge. Aha, hier waren wir... Ich glaube, hier waren wir noch nie, oder? Waren wir hier schon? Nein, ich glaube, hier waren wir noch nie. Kohl, den lassen wir da. Wir pflanzen selber Kohl an. Danke, brauchen wir nicht. Ja, dann auf zum... Hamburg, wir haben... Wie viel Uhr ist denn? Es ist schon viertel nach drei. Okay, wir haben nicht so viel Zeit zu verlieren, weil eben erst zu dem Sambor da oben auf, das nervt mich eh schon. Und dann müssen wir ja noch nach Pranica. Nach Pranica, da war doch... Achso, Moment, nein, halt, Entschuldigung. Ich würde gerade sagen, da war doch noch dieser Quest für die Frau auf, aber er hatte sich doch erledigt, oder? Ja, genau. Es ist nur noch das O. Okay, macht nichts. Und ja, Elch. Wiesent Bär, möchte ich nur noch mal erinnern. Stehen noch aus. Alke? Größeres gesehen? Ich glaube nicht. Kommen wir an einem Bach vorbei irgendwann. Da ist ein kleiner... Wann ist das? Da ist ein kleiner See, vielleicht sollte man da kurz rasten. Nehmen wir mit, wenn wir rasten können wir bestimmt auch ein bisschen Fleiß gebrauchen, wir müssen ja was essen. Ihr seht schon, Wasser duscht so langsam. Geht noch, aber okay. Der See, Acht da unten. Also. Wie viel Uhr ist denn? Hier, ne? Ja, ne. Also, ja, sollte man Zeit nicht verschenken. Ja. 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 Ich denke schon. Ja, wir ziehen aber weiter. Also, ja, Zeit ist kostenlos. Warum auch immer. Ich meine, im Slowplay ist eigentlich Zeit nicht so kostenlos. Aber zu trödeln will man ja auch nicht. Wir wollen ja wieder nach Hause. Denn ich möchte zu Hause, was man jetzt gerade so ein bisschen während dem Reisen überlegen kann, also auf alle Fälle noch ein Haus bauen, weil ich möchte noch diese eine Person, die uns noch fehlt, für unsere Felddinger. Ja, also, die könnte man eigentlich auch mal, gell? Weil so eine Hütte, so eine Kräuterhütte haben wir noch gar nicht. Im Moment leben wir noch ganz gut ohne, aber unsere Leute werden ja bestimmt auch irgendwann einmal krank werden. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Geh mal davon aus. So, jetzt haben wir es eh gleich geschafft. Wunderbar. Dann sind wir wieder mal bei den Pappenheimer. Ich hoffe, dass ich da nicht noch öfters rauflaufen muss. Irgendwie wird langsam ein bisschen langweilig. Der hat mir mit seinen komischen Geschichten, sowieso keinen enttäuscht. Oh, nein. So, wo bist du denn? Geh mal her. Ich, Sambo, ich muss wissen, wo ich Kestrell finden kann. Ich wusste gar nicht, dass wir den suchen, aber okay. Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich... Alter, ich will dann echt einmal gleich mal Axt raus. Und du willst es dort wissen. Genau. Gelegenheit. Wichtig ist, dass du warten kannst. Ja, was willst du denn? Ja, genau. Er will wieder irgendwas. Du musst ein paar Dinge für mich besorgen. Gute Beete, Zwiebel, Kohl, Karotten. Kurz zu fix. Hätte ich vorher nachschauen sollen, oder? Dann hätten wir es mit dabei gehabt. Es ist mir ehrlich zu sein, Junge. Es ist mir egal. Bring mir mein Essen und du bekommst dann die wertvollen Informationen. Sowas kann doch nur von einem schlechten Erzähler kommen. Es gibt nichts, was du dagegen tun. Vielleicht sollte es witzig sein. Kynisch, was auch immer. Komme ich denn keine andere Wahlmöglichkeit? Ich würde sagen, nur wie du das Gemüse bekommst, ist dir überlassen. Hör auf zu bellen und hol Hündchen. Okay, gut. Gute Babyzwiebel, Kohl, Karotten. Dann hoffen wir mal. Und dann hätte ich jetzt gesagt, ach so, jetzt würde ich wieder nach Branica laufen. Aber es bringt ja nichts. Baranica. Weiß ich jetzt nicht. Schaut nicht so groß aus. Wir brauchen heute auf alle Fälle einen Händler. Pff, muss man wieder runterlaufen. Wollen wir es probieren? Nach Baranica. Gehen wir es schon wieder an die Ecke. Da bin ich schon ein paar Mal gestanden. Dann, ja, auf nach Baranica. Schauen wir mal, ob es da einen Händler gibt, der uns das verkaufen kann, das Teig. Dann verläuft man mal wenigstens an anderen. Also das ist schon ein bisschen, naja, wie soll ich sagen. Ich fange mal an, Stöcke zu sammeln. Ihr wisst wahrscheinlich warum genau. Wir müssen nachher noch ein Feuer machen. Das heißt, wir müssen freien. Aber Elch, Bär und Wisent habe ich noch mal gesehen. Könnt ihr eigentlich, muss ich mir nachher noch mal nachschauen, jetzt wenn ich fertig bin, könnt ihr die Musik eigentlich hören. Ich bin da immer ein bisschen unschlüssig. Bei mir kommt der auch ganz wenig an. Komisch. Weil wir ein bisschen, oder machen das ein bisschen Atmosphäre. Wir brauchen mal zwölf oder sechzehn. Kirsche. Okay. So, eine Wegweide. Ja, jetzt ist halt die Frage, oh, ein netter Tümpel. 19 Uhr. Naja, wo jetzt keine haben die Händler immer auf. Und im Dorf selber können wir ja nicht übernachten. Das ist ja immer das Problem. Deswegen hätte ich gesagt, bleiben wir jetzt gleich hier. Vielleicht können wir noch ein bisschen was jagen. Dunkel. Ein bisschen was sammeln. Jetzt Stöcken, aber Johannes Grauten. Ja. Gut, können wir ja mitnehmen. Ich bin nicht voll. Jetzt haben wir. Da haben wir ihn ja. Den Breitwegerich. Dann gehen wir gleich in der Früh in die Stadt und dann können wir uns, ich hoffe, dass wir da alles kaufen können. Dann machen wir uns gleich wieder auf. Wie nicht, muss man sowieso noch. Sag mal, hörst du das? Bring halt. Bin jetzt nervös? Breitweg sammeln. Und für das wäre natürlich so die Hütte schon mal ganz cool. Ja. Ja. Eine Kräuterhütte, damit man auch so Tränke oder so. Beeren sind die schon reif, unreif. Man sammeln für den Kompost wäre eine Möglichkeit, aber muss auch nicht sein. So, wartet ist da dunkel. Es ist, wie viel? 20 Uhr. War uns heute ein Feuerchen, ne? Ich leg jetzt kurz Fackelhammer. Ein ganz ruhige Gegend hier zum Seil. Ja. Passt. Ja? Wahnsinn. Dann, ähm. Haben wir noch? So. Passt du. Grillen wir uns noch ein bisschen. Ja, also. Männer stehen auf sowas. Die tun das schon seit Anbeginn aller Zeit. Da sehen wir es mal wieder. Da sehen wir es mal wieder. Da gibt es ein Abendessen hier. Wunderbar. Da sehen wir uns unsere... Da sind wir auch schon wieder satt. Super. Einigermaßen zumindest. Da sehen wir uns unsere Kohlsuppen auf. Die ist eh kaum noch. Die ist eh schon fast kaputt. Okay. Weifenbär. So. Ja, dann... Genau. Hauen wir uns hin. Und dann geht es weiter. Ach, guten Morgen. Das geht ja wie immer recht schnell. Also, auf geht's. Oh, äh. Ah, da kann man ja eh schon. 20 Rote Beete, 20 Zwiebel, 20 Kohl, 20 Karotten. Ich glaube, das kostet unheimlich viel Geld. Da ist das Dorf. Hallo. Ah, Alice. Ich glaube dir, hast du aber nichts zu verkaufen. Servus, meine Freunde. Geht's euch gut? Im Dorf, ja. Da arbeitet hier keiner. Wo sind die Händler? Wo sind die Dantler? Grüß dich Moimira. Alina. Alina, grüß dich nachher. Zeig mir doch mal deine... Was hast du? Eine Schere. Oh, das wird irgendwann auch mal interessant. Werden wir irgendwann auch mal brauchen. Pfifffutter, Wolle... Ja, ja, Tiere. Das würde ich schon auch noch gerne mal machen. Immer mit saurer Milch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den gerade brauchen. Okay. Mach's gut. Aber nichts zum Essen. Da gibt's nur eine Kräuterhändlerin. Und das war's dann schon, oder? Ärgerlich. Ah, jetzt schaut's schon interessanter aus. Ausnüchterungstank. Ausdauert. Entgiftung. Aha, Gegengift, Gesundheitstank. Also man kann sich schon so mit so einer Kräuterhütte ein paar interessante Sachen machen. Vor allen Dingen eben die richtig dickes Geld. Ja, eigentlich so ein Verkaufsgeschehen. Da machen wir als nächstes, denke ich. Hartmacher. Nellenheilen. Nellenheilen 2. Was konnte er? St. 50. Gifte der Kupferbogen. Gifte die Pfeile. Wow. Okay, aber das hilft uns alles nichts, Meister. Wir brauchen irgendjemanden, der uns unterschreitert. Habt ihr echt keinen Laden bei euch? Ja. Was machen wir denn jetzt? Doch zurück nach Borowow, oder? Da kommen wir ja, nach Branica kommen wir noch weiter weg. Dann werden wir wohl doch nach Borowow jetzt wandern. Nix. Da müssen wir wieder rauf. Oh Mann, das langweilt mich jetzt. Okay, gut. Also der nervt mich schon ganz schön. Wenn ich den wenigstens mal einen Elch oder einen Wiesent gesehen habe. Ich habe ihn überhaupt nicht gesehen. Sind wir jetzt richtig unterwegs? Dann. Ich meine, wenn man jetzt schaut, 380 Meter, das ist ja eigentlich nicht weit. Und wenn wir hoffentlich jetzt dann auch irgendwann einmal einen Esel haben, dann sind wir ja wahrscheinlich nur ein bisschen schnell und weg. Ja und? Wird einmal. Der Wegs ist, wird mir dreckert. Woll, Garen. Wolle. Frei. Okay. Wollen wir uns hoffentlich auch mal selber herstellen können, wenn wir dann den Schäfchen haben, dann haben wir eine Reihe und so weiter. Also ihr seht es schon, es ist noch wirklich, eigentlich und jetzt haben wir schon wirklich viele Sendungen und viele Folgen gemacht, aber es ist eine gewissermaßen never ending story. Also man kann wirklich sehr, sehr lange vorwärts machen und solange es mir Spaß macht, weil die Frage jetzt immer aufkommen, würde ich einfach weitermachen. Bis jetzt habe ich total frei, weil ich dieses Slowplayer mag und das Gemütliche vor mich hinspielen und deswegen, also solange ich eine Freude habe, weiß ich nicht. und dann geht es weiter. vielleicht schon mal fürs ach komm was wir haben kein Messer mehr ach gibt es da haben wir zwei Steine Steine ach komm es klippt hier gut ein Stein oder was und außerdem was man ja immer ganz gerne mal vergisst ist dass es ja immer wieder Erfahrungspunkte gibt man sieht es ja nicht so weil das nicht angezeigt wird aber klar wir werden halt immer besser im Jagen mehr oder weniger und ja also sollte man es einfach immer tun auch wenn man es nicht tut müsste aus erforderlichen Gründen zum Beispiel weil man Hunger hat oder so deswegen lassen wir so also Bonovo das ist doch schnell gegangen ähm haben wir hier jetzt wenigstens gibt es ein paar Händler auch nicht mach ich er hat es gar keine Hände so Solan oder Mundwasser Gibt's nicht. Kommt, mach ich über den Händler, oder? Gibt's echt nicht. Jetzt haben die alle das Essen nicht. Ich habe fast gedacht, dass wir von oben wieder zurücklaufen müssen, um dann wieder nach oben laufen müssen. Ich finde die einfach so blöd. Das ist einfach nur irgendwie stricken. Also gut. Gut. Ich würde es, wenn ich ganz ehrlich bin, verschieben. Ich habe irgendwie keine große Lust, rumzulaufen. die ganze Zeit für den Deppen. Wie kann ich dir helfen? Was denn tun? Die ganze Holz zeig, das können wir fast mittlerweile selber machen. Okay. Ja, ja, abhört den. 10 Uhr, wir brechen auf nach Hause. Das machen wir das nächste Mal. Wenn wir wieder auf Tour sind, nehmen wir drüben dann im Dorf das mit. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das alles kriegen. Und dann läuft man halt wieder ein Laufzee. Aber das machen wir nicht jetzt, sondern das machen wir irgendwie, keine Ahnung, im Sommer. Im Schwachkopf, der eh so unfreundlich ist. Ja, okay. Wir haben die Werkstatt 2 freigeschaltet, aus welchem Grund auch immer. Das heißt also, unsere Leute, oder wir haben wieder, ach so, ja genau, das habe ich irgendwie gelesen, dass auch unsere Leute, wenn die was tun, können die, schieben die unsere Erfahrung weiter. Werkstatt 2. Okay. Ja, aber das sieht mir alles noch nicht einmal an. Müssen wir mal schauen. Verladen. Was fällt denn in der Verwaltung? Kurz einmal noch. Da ist immer noch das Gleiche. Das wiederum, weil die im Grabungsschuppen und sammeln, aber viel zu wenig. Ich würde auf alle Fälle sagen, wie wir schon da sind, wir müssen ja eigentlich nichts mehr machen. immer noch ein Satz. Immer noch ein Satz. Ruhig. Immer brauchen. Sehr schön. Dann machen wir jetzt übrigens auch was anderes. Wenn wir die Stroh jetzt selber sammeln, machen wir da mal noch ein Satz. Wir bringen den Stroh selber mit. Wir haben hier nur so Notfallrationen, dass es nicht ganz ausgeht und wir versuchen jetzt, dass wir hier einfach selber mitbringen. Zwischen all dem Ried nehmen wir einen Stuck. Dann würde ich gerne schauen. Also, so wie es ausschaut, können wir unsere Leute ja ganz gut. Also, ich denke, einen oder zwei können wir uns schon noch leisten. Das wiederum bedeutet, wir bauen zuerst das Haus. Das wären jetzt die mittelfristigen Pläne. Wir bauen nochmal ein neues Haus. Dann können wir nochmal zwei Leute und holen dann noch einen Sammler, eventuell, Räkstrich Sammlerin und jemand, der eben diese Feld, glaube ich, in der Feldhütte fällt uns, glaube ich, noch einer. Irgendwo hat uns noch einer gefällt. Während ich das Ried sammle, arbeitet es in meinem, denke ich, das ist ein ganz guter Plan. Ich meine, wo wir bedenkt angefangen haben und wo wir jetzt waren. Ich meine, wir haben schon ein gut funktionierendes Dorf. Ich bin ja auch froh, dass das nicht nach 10, 15 Stunden auf einmal dann alles vorbei ist, sondern man kann echt wahnsinnig keine Jagdhütte frei, auch schon freigeschalten. Okay. Gifte sind völlig unwichtig. Wir haben bis heute noch kein einziges Gift zu uns. Mehr Gesundheit. Ja, wirklich trinkfest und wichtig schnellere Bewegung im Wasser. Haben wir auch noch nie gebraucht. Aha, 10% langsamer Ausdauerverbrauch während der Bewegung. Das ist interessant. Beispiel. Dann machen wir das. Weil dann können wir, dann kommen wir einfach grundsätzlich schneller vorwärts. das springen die . Ah, nicht immer Tringer. so gut ist das Flusswasser jetzt auch nicht aber es gab damals tatsächlich aus dem Fluss geholt die haben es auch gefiltert haben sie es eigentlich nicht weil es gab ja auch noch überhaupt gar keine Filter damals es war nicht immer klar und rein so wie wir das kennen aus der Leitung ganz und gar nicht und deswegen haben sie auch relativ viel Krankheit damals 60 sehr schön da machen wir Fluss ich denke das reicht oder schimmelte 300 haben wir noch oder dann gehen wir noch warten und sonst brauchen wir nichts ab nach hause ab nach hause irgendjemand hat da anscheinend auch ein fest für uns ach haben wir da zwei punkte gekriegt dann nehmen wir auch für die athletik und können schneller lang laufen dann brauchen wir es jetzt irgendwann nicht mehr weil wir irgendwann einmal ein isl haben aber trotzdem jetzt brauchen wir es noch nicht und das waren jetzt 20 prozent mehr oder überhaupt nicht wenn man schon auf wanderschaft ist kommen wir ja immer kurz überlegen was daheim alles passiert im dorf also ganz klar hätte jetzt gesagt ja wir bauen jetzt auf alle fälle noch eine weitere hütte als erste checken natürlich die lage ob alle alles haben ob wir was verbessern können in die einstellungen und dann hätte ich schon gesagt holen wir uns noch zwei dorf und dann schauen wir mal ob der kohl wie es mit dem kohl schon ausschaut ob denn schon ein bisschen was gewachsen wenn wir jetzt noch zu guter letzt diesen zeltarbeiter haben der uns dann ja eben gut genommen gehe ich davon aus der erntet uns dann den kohl so weit ist ich weiß nicht ob der auch sieht aber das werden wir noch rausfinden gehe ich mir auch davon aus dann läuft es eigentlich wirklich autark dann haben wir essen trinken wir müssen in der werkstatt noch die Eimer herstellen dann kann unsere Frau unsere ja unsere Brunnendame kann dann Wasser holen dann haben wir also Essen, Wasser alle haben einen Job wir stellen Werkzeuge her die wir brauchen habe ich das eigentlich schon richtig eingestellt will ich mir auch nochmal genau anschauen das da oben schwankt immer zwischen 2 und 1 und ich kann mir genau vorstellen was ist also einmal das Wasser weil wir keine Eimer haben und dann geht halt immer der Ding aus, der Ton aus also noch einen Sammler da haben wir noch wenig so ihr Lieben da bin ich wieder schön zu Hause zu sein gefreut mich wenn wir jetzt unserem Dorf noch einen Namen geben könnten wäre das schön können wir aber wohl nicht hier wären einmal unsere Weizenfelder ja ja abhacken so wohl gut wohl geht davon aus er wächst oder du hast du Getreue mit der Verwaltung oder jetzt mal nach da hat das das da muss ich noch rausfinden habe ich mir nicht merken können so ihr Lieben Hallo wir sind wieder da was ist denn da los alle fleißig bei der Arbeit so soll es sein sehr schön hört sich das was haben wir denn an Tonbewurf möchte ich auf alle Fälle bis zum Winter fertig damit wir da auch das geht aber echt langsam mit euch das geht doch irgendwie draußen warum auch macht sich jetzt hacke ich glaube das ist was ja es läuft doch alles in Ordnung also dann machen wir uns mal Gedanken wo kommt die nächste Hütte hin hinten haben wir ja schon gebaut bis zum Bach das bedeutet eigentlich jetzt hier weiter dann bauen wir hier noch eine an den Seen wie sie gewohnt sind Träger ja finde ich ganz cool weil hier werden ja noch unsere Felder entstehen das ist ganz ok soweit Wirken am See bleiben wieder schön damit wir ein schönes Background haben hier hin wenn wir mal irgendwann Zeit und Nerven und gar nichts mehr zu tun haben können wir hier noch kleine Gärten anlegen und so weiter und so weiter finde ich total cool also brauchen wir hier einen Platz fangen wir gleich an wo kommt der denn denn die Zeit neigt sich schon von dem End zu meine Liege ja ist kein Wahnsinn gell wie die Zeit vergeht dann können wir mal auf Reisen und dieser Unikass der nervt mich ganz schön wenn wir mal wieder auf Reisen gehen vielleicht im Sommer hätte ich jetzt gesagt dann gehen wir wieder rauf zu Erben dann nehmen wir diese blöden Dinger mit wir wissen das jetzt ganz kurz ich wollte jetzt mal schauen Jahre verfällt ok 15 Jahre lang dauert das also gar nicht den können wir uns schön Zeit lassen runter weiter gut recht das rohling das wir sind jetzt schon wieder Dreck wir waren doch gerade beim Baden mit 2 2 3 2 3 3 5 5 das wir sind schon überladen gut bringen wir das einmal dann hat unser Holzmann auch ein bisschen was zum Arbeiten die schmeißt wir jetzt einfach einmal äh äh das machen wir nicht das ist eigentlich ein Schmarrn macht ja gar keinen Sinn die legen wir uns jetzt hier gleich bereit weil wir wollen ja dann das Haus bauen macht eigentlich mehr Sinn ja das ist ein Schmarrn da müssen wir es nicht aus dem Lager holen Holzstamm 9 gib uns noch einen oder ah könnten wir aber sammeln auf dem kompost haben wir alle sein ihr seid jetzt eh klar weg auch viel das schaut doch schon ganz gut aus ja ihr lieben 45 minuten schon wieder durch man möchte kaum glauben bedeutet wir machen heute reisen haben wir diesen guten da oben besucht haben ja eigentlich nicht so viel leichter es muss ja auch nicht immer sein und in der nächsten folge bauen wir hier unser nächstes haus her so schaut es aus dann sind wir echt ausgestattet dann haben wir uns wieder zwei leute und es geht fleißig weiter in unserem dorf ohne damen aber wir haben ja eigentlich ach ja das machen wir als nächstes mal wir gehen wie wir das gewohnt sein nach hause haben wir die tauschen weg da kann sich nicht dass unsere frau noch erschrickt ja wir stellen uns ans fenster ein schöner blick an den zweiten frühlingstag der zu ende der sich zum ende neigt und ich sage danke fürs zuschauen in dieser folge es macht immer wieder freude weiterzumachen im moment habe ich echt immer noch wahnsinnig viel spaß dran wenn dann irgendwann mal Tiere kommen noch und der Esel und so weiter aber ich finde jetzt entwickelt sich alles wunderbar das dorf ohne namen danke fürs zuschauen sagt der dj nick hinterlasst mir ein like ein abo da seid ihr mir wahnsinnig freuen es kommen einblendungen zu anderen sachen auf kanal 4000 teils da einmal rein bis zum nächsten mal bleibt gesund servus für zeich